Warum dieses Händchen halten, fragen uns manche Mentoren in einem unserer Trainings. Als wir jünger waren, hatten wir auch kein formales Mentoring. Und schauen Sie uns an, aus uns ist auch was geworden. Warum dieser ganze Wind und Aufwand um junge Menschen heute? Im Prinzip kennen Sie die Antwort. Der dramatische Unterschied zwischen heute und vor 20 Jahren oder selbst vor 10 Jahren ist natürlich die demografische Situation. Wir haben kaum noch junge Menschen. Das bedeutet, dass die einzigen Unternehmen, die bestehen werden, diejenigen sind, die massivst in die Entwicklung ihrer wenigen jungen Talente investieren und sie binden. Und es geht über das Thema Demografie weit hinaus. Mergers, Acquisitions. Über 40 Prozent aller M&A-Projekte scheitern, einfach weil es nicht gelingt, Menschen und Kulturen zusammenzubringen. Ihre Top-Talente zu erfolgreichen Führungskräften entwickeln, und zwar intern. Bereichsübergreifende Zusammenarbeit und Abbau von Silo-Denken. Internationale Integration über Ländergrenzen und natürlich Geschwindigkeit von Innovation. Sie sind eine Führungskraft, deren Verantwortung es ist, Ihre Leute zu einem Bestmöglichen zu entwickeln? Dann haben wir etwas gemeinsam. Wir kommen hier, wo Menschen und Organisationen gewinnen. Gemeinsam.